Du lebst ja nur einen blauen Zeck, aber mir ist gleich ein Trauer kaputt. Ich bin kein. Oh, oder? Nee, die Kinder nur nicht. Tschüss. Doch. Das sollt sich auch lang machen. No Krabanne, Tasche da riecht. Ich will das auch nicht schlecht machen, wenn ich das Sport hier im Übrigen meine Füße gespürt habe. Du kannst doch die Schuhe anhalten. Das ist doch alles alte. Hier kann ich so ein Schwuch sein. Natürlich. Das hier habe ich an meine Tasche. Das hier ist doch ein Schwuch. Das hier ist doch ein Schwuch. Das hier ist doch ein Schwuch. Ja, lecker. Das ist gut, Aufnahme vom Ohr. Ja, das ist doch ein Schwuch. Und was? Ja. Das ist doch ein Schwuch, oder? Das ist doch ein Schwuch. Ich habe mich auch voll ausgemacht, weil ich mich verarscht. Ich denke, ich mache mich auch mal aus. Ich habe mich nicht mehr. Ich komme doch mal aus. Ich komme doch Laufreiß. Guck mal den Speisel da jetzt an. Nein. Das ist der kaputt. Der hat mir doch ein Stück Kuchen mitnehmen können. Ich wollte mit Spezi so schnell noch mal rein kommen, weil ich ja noch gar nicht eingekauft habe, das Regier bin. Ich hab ja mehr eingetraubt und verbetrugen. Ich hab ja mehr eingetraubt und verbetrugen. Was ist denn los hier? Der Familienbetrug. Ja. Ich hab eine Nachschraubung, was los ist hier. Und lass mir in der Wünsche in Ruhe sein. Jetzt dann muss die auch aufpassen. Wollten wir uns auf dem Korb rausnehmen? Ja. Dann hab ich hier wieder hochkomme. Wie helfen wir? Sonst liegen wir auf der linken Seite.